Hallo ihr lieben Bratschen, ich spiele für euch heute die Feuerwehrübung und zwar auf jeder Seite und sage euch vorher auch, wie die Töne, die ich gleich spiele, heißen. Und zwar braucht ihr dafür euren dritten Finger, ihr legt ihn auf die zweite Markierung, das ist die sogenannte Oktavtonmarkierung, die Feuerwehrübung auf der A-Seite. Leere Saite A, dritter Finger D. 1, 2, 3, 4. Die Feuerwehrübung auf der D-Seite, Leer Saite D, dritter Finger G. 1, 2, 3, 4. Die Feuerwehrübung auf der G-Seite, Leer Saite G, dritter Finger C. Die Feuerwehrübung auf der G-Seite, Leer Saite G. 1, 2, 3, 4. Die Feuerwehrübung auf der G-Seite, Leer Saite G. Die Feuerwehrübung auf der G-Seite, Leer Saite C, dritter Finger F. 1, 2, 3, 4. Die Feuerwehrübung auf der G-Seite. Die Feuerwehrübung auf der G-Seite. Vielen Dank.